Am 27.03.2024 ist es soweit. AFK Journey wird global für iOS, Android und PC released und dadurch, dass ich ja jetzt schon circa ein ganzes Jahr auf dem PTR-Server Erfahrung sammeln konnte, habe ich mir gedacht, haue ich mal so ein kleines Anfänger-Guide für euch raus zum Start des Spiels, damit ihr euch da ein bisschen besser zurechtfinden könnt und damit ich euch eventuell auch schon mal den ein oder anderen Tipp mitgeben kann, damit ihr euch auf jeden Fall ein bisschen besser zurechtfindet. Erstmal die Frage gestellt, was ist AFK Journey überhaupt? Wie spielt sich das Ganze für diejenigen, die von AFK Arena kommen? Die meisten von euch, die sich das Video anschauen werden, werden mich vielleicht auch von AFK Arena kennen. Grundsätzlich kann man sagen, in diesem Spiel müssen wir unsere Formationen auffüllen mit fünf Helden, das kennen wir natürlich auch schon aus AFK Arena. Es gibt aber nicht fünf feste Slots, sondern es gibt verschiedene. Das seht ihr jetzt gerade auch im Hintergrund zum Beispiel eingeblendet. Man kann sie auf verschiedenste Positionen einstellen, wo man dann meistens auch gegen fünf gegnerische Helden kämpft. Es gibt aber natürlich auch Bosskämpfe, es gibt auch taktische Kämpfe. Es gibt aber auch nicht nur Kämpfe, die man durchführen muss hier in AFK Journey. Es gibt auch mitten in der Story solche Druckplatten, auf die man ja steigen kann oder Bälle, die man verschieben muss, wo man dann im Endeffekt eine Truhe bekommt, wo ein bisschen Loot drin ist. Es gibt aber auch solche Laserstrahler, die man an die richtige Position wenden muss. Wenn man dieses zusammenfügt, bekommt man dann im Endeffekt auch eine Kiste. Also es ist nicht nur Kämpfen angesagt in diesem Spiel, sondern auch ein bisschen Geschick. Ihr werdet es jetzt gerade im Hintergrund eingeblendet sehen und zwar haben wir halt einmal die Storyline, welches man so ein bisschen mit dem Kapitel vergleichen kann von AFK Arena, wo man taktische Kämpfe durchführen muss, wo man Bosskämpfe durchführen muss, aber auch einfach ganz normale Gegnerteams besiegen muss, wo man natürlich dann auch dementsprechend Belohnungen erhält, wie zum Beispiel ein bisschen XP, ein bisschen Staub und so weiter. Jetzt aktuell haben wir so gesehen fünf Kapitel, aber ich gehe mal sehr, sehr stark davon aus, dass in Zukunft auf jeden Fall noch mehr hinzugefügt wird. Dann haben wir noch einmal den AFK Progress, also die AFK Stages, was ich persönlich so ein bisschen wie mit dem Königsturm aus AFK Arena vergleichen kann. Ihr habt es jetzt hier gerade im Hintergrund eingeblendet. Da haben wir aktuell die Ebene 1125, was das Maximum ist. Und dann nochmal ein kleiner Tipp von mir. Natürlich versucht am Anfang direkt so viel wie möglich in diesen AFK Challenges zu pushen, denn dort bekommt ihr dann umso weiter ihr seid mehr Gold pro Stunde, mehr XP pro Stunde und natürlich auch mehr Staub pro Stunde, was ihr dann alles benötigen werdet, um eure Helden zu leveln. Da kommen wir dann gleich aber nochmal drauf zu. Und was man ansonsten noch so ein bisschen mit AFK Arena vergleichen kann, ist, wenn wir auf den Punkt Schlachtmodi gehen. Wir haben hier verschiedene Modis. Aktuell sind das fünf Stück mit dem Kampfübungsmodus. Aus der Gilde haben wir sechs Stück, aber ich würde sagen, wir beziehen uns jetzt erstmal hier drauf. Und zwar haben wir den Punkt Legendenprüfung. Das kann man vergleichen, so wie mit den Fraktionstürmen aus AFK Arena. Ist eigentlich nichts anderes. Hier könnt ihr dann ja in diesen ganzen einzelnen Türmen auch nur die Helden spielen, die dann eben für diese Fraktion gemacht sind. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel den Wildvolkturm. Hier können wir nur Wildvolk-Helden einsetzen und müssen die gegnerischen Teams besiegen. Die aktuelle Ebene, maximale Ebene ist jetzt hier Ebene 90. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommen wird, aber zu Release wird uns das auf jeden Fall auch noch erstmal beschäftigen. Also so easy ist es da noch nicht voranzuschreiten. Ansonsten haben wir, wenn wir nochmal zurückgehen, das geheimnisvolle Labyrinth. Kennen wir auch aus AFK Arena. Hier gibt es auch verschiedene Schwierigkeitsmodis. Ich befinde mich jetzt aktuell auf Schwierigkeitsstufe 12. Ich denke mal von meinem Heldenlevel her und so weiter, könnte ich hier mittlerweile eigentlich auf das Maximum, also auf Schwierigkeitsstufe 15 kommen. Aber ja, Labyrinth ist immer ein bisschen nervig. Würde ich euch aber natürlich immer empfehlen und es gibt hier auf jeden Fall dann auch Belohnungen für den ersten Abschluss. Und vor allem die Epic Invite Letters oder die epischen Einladungen, die sind auf jeden Fall wichtig. Zu den Beschwörungen kommen wir nachher aber nochmal. Ansonsten haben wir auch den Punkt Arena. PvP kennen wir aus AFK Arena. Ein Tipp, den ich euch direkt zum Anfang an auf jeden Fall mitgeben kann, ist, wenn wir uns jetzt mal die Ränge anschauen. Aktuell befinde ich mich hier in Meister, also dafür muss man zwischen Top 101 und 200 sein, sind die erstmaligen Belohnungen, die man einsammeln kann. Und da könnt ihr sehen, das sind nicht wenig. Also hier bei dem Rang Meister sind es jetzt 1500 Diamanten und die ganzen Zeitessenzen, die wir benötigen, um die, ich nenne sie Charakter-Items der Helden zu verbessern. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu. Und wenn wir uns jetzt die ganzen Ränge anschauen, könnt ihr sehen, da gibt es auf jeden Fall einiges an Diamanten. Also das wird jetzt nicht deutlich weniger mit den einzelnen Rängen. Natürlich umso niedriger der Rang, umso weniger sind die erstmaligen Belohnungen. Aber lohnt sich auf jeden Fall mega, am Anfang das Ganze einzusammeln. Denn die Diamanten werdet ihr auf jeden Fall benötigen, um Helden zu beschwören. Wenn ihr Helden beschwört, wird euer Team besser und so weiter. Ich denke mal, ihr wisst ja, was ich meine. Ansonsten haben wir noch den Punkt Ehrenduell. Diesen Modus gibt es so jetzt nicht in AFK Arena. Ist auch ein PvP-Modus, habe ich getestet. Finde ich eigentlich auch ganz nice. Wenn ihr wollt, kann ich da nochmal ein extra Video zu machen. Im Grunde genommen müssen wir da Teams erstellen. Diese alle zusammen einfügen. Dann gibt es da noch so ein paar Ausrüstungen, die man draufpacken kann und so weiter. Und ja, je nachdem, wie viele Siege man halt eben hier durch hat. Pro Woche kann man hier maximal 15 Siege holen. Gibt es auch dementsprechend Belohnungen, die ich euch auch empfehlen würde, jedes Mal einzusammeln. Und was man auch noch so ein bisschen mit AFK Arena vergleichen kann. Falls ihr euch fragt, warum vergleicht ihr alles mit AFK Arena? AFK Arena, AFK Journey. Es gibt AFK Arena Helden in dem Spiel und die meisten, die sich wahrscheinlich jetzt zu Beginn dieses Video anschauen, sind halt eben AFK Arena Abonnenten, da ich bereits auf meinem Kanal nur AFK Arena Videos mache. Und zwar ist es hier der Reiter Traumreich. Können wir einmal drauf gehen. Und zwar haben wir hier zum aktuellen Zeitpunkt vier verschiedene Bosse, die wir besiegen können. Die habt ihr hier jetzt gerade alle eingeblendet. Und hier ist es auf jeden Fall auch wichtig, jedes Mal daran teilzunehmen. Denn es gibt hier Belohnungen, die man einsammeln kann, je nachdem, wie man sich einrankt. Ihr könnt es jetzt gerade hier sehen. Ich würde sagen, wir beginnen ganz oben mit Nummer 1 bis 10, 11 bis 20 und so weiter. Umso höher ihr euch einrankt, umso bessere Belohnungen bekommt ihr. Ihr könnt es sehen. Ihr bekommt hier unter anderem diese Traumfragmente. Diese könnt ihr benutzen, um sie in dem Shop auszugeben. Zum Shop kommen wir gleich auch nochmal zu. Und es gibt halt die Gezeiten-Essenzen, die wir dann auch noch benötigen werden, um das Charakter-Item unter anderem mit freizuschalten. Das ist auf jeden Fall also auch wichtig, darauf zu achten. Und ja, somit haben wir den Punktmodis durch. Zu dem Gilden-Modus kommen wir am Ende des Videos auf jeden Fall nochmal. Ja, und wo wir jetzt gerade so ein bisschen schon mal diesen Traumladen-Shop angeteast haben, würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal den kompletten Shop an. Ganz oben beginnen wir mit dem Rekruten-Laden. Hier bekommt ihr diese Punkte eben durch das Beschwören von Helden. Um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt nicht, wie viele von diesen Punkten man durch einen Zehner-Polymer bekommt. Auf jeden Fall bekommt ihr diese durch die Beschwörungen. Und was ich euch hier hauptsächlich auf jeden Fall empfehlen könnte, sind hier diese epischen Einladungen, die 50% reduziert sind. Also das lohnt sich auf jeden Fall mega. Und ansonsten kann man hier auch auf die Sternkristalle gehen. Ist für den Sterndeutungsraum. Kommen wir später auch nochmal zu. Ansonsten haben wir hier die lila und die goldenen Steine. Und ansonsten haben wir hier die Nüsse, die wir dann noch benötigen, um die Helden auch noch aufsteigen zu lassen. Werden wir aber auch nochmal zu kommen. Aber ich würde sagen, diese Epic Invite Letters mit 50%, die lohnen sich auf jeden Fall mega. Ansonsten kann man natürlich auch hier die normalen Einladungen nehmen. Dann kommen wir zum Gildenladen. Eine Sache, ihr könnt es sehen, ist schon ausverkauft bei mir bei dem täglichen Laden. Das sind hier die Einladungen. Und zwar kosten diese 210 Diamanten. Die sind ganz gut reduziert. Normalerweise kosten die 300, wenn man das auf den 10er Pool berechnet, 270. Also spart man sich da täglich auf jeden Fall schon einiges. Wenn wir uns dann nochmal den monatlichen Gildenshop hier unten anschauen, kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, hier die reduzierten epischen Einladungen mitzunehmen. Die haben auf jeden Fall die beste Prozentchance. Und ansonsten haben wir hier aktuell alle himmlischen und Unterweltlerhelden drin. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann auch nach Release ziehen wird, wenn es neue himmlische und Unterweltlerhelden gibt, ob dort dann auch wirklich jeder himmlische und Unterweltlerheld eben hier eingefügt wird. Falls ihr mich jetzt noch fragt, für welchen himmlischen oder Unterweltlerhelden ich mich zu Release des Spiels entscheiden würde, würde ich sagen, holt euch hier den guten Ryanier oder wie man den auch immer ausspricht. Wie gesagt, ich werde morgen oder in den nächsten Tagen, ich muss mal gucken, wann genau auf jeden Fall noch vor Release ein Tierlist-Video hochladen. Da schneidet er auf jeden Fall gut ab, ob es jetzt in der Story ist, ob es bei den Bossen ist oder im PvP, hat der überall ein S-Plus-Ranking, lohnt sich also auf jeden Fall mega. Die anderen himmlischen und Unterweltlerhelden sind jetzt auch nicht so schlecht, aber der schneidet hier doch schon mit am besten ab. Dann kommen wir einmal zu dem Arena-Laden. Einmal haben wir den normalen Arena-Laden und den Meister-Laden. Da kommt man aber nur dran, wenn man sich halt eben in dem Meister-Rang befindet. Dort kann man nochmal diese Sternkristalle kaufen. Und ansonsten, was ich euch zu Beginn von AFK-Journey hier auf jeden Fall empfehlen könnte zu holen, ist die gute Cecia. Ist ein starker Held, hat gute Crowd-Control. Heavien oder wie sie heißt, ich kann sie nicht richtig aussprechen, die ist auf jeden Fall auch ein guter Supporter-Held. Aber Cecia würde ich zu Beginn auf jeden Fall bevorzugen. Dann haben wir den Traumladen. Diese Punkte bekommen wir halt eben durch die ganzen Bosse. Da haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Und hier gibt es tatsächlich alle A-Level-Heroes, die man sich im Spiel kaufen kann. Also es gibt einmal die A-Level- und die S-Level-Heroes. Und ja, hier könnte ich euch zu Beginn auf jeden Fall den guten Odi empfehlen. Ist ein Top-DPS-Held, also macht viel Damage pro Sekunde. Kann man auch sehr, sehr gut bei Bossen spielen. Und dann haben wir noch den, ja, Freundschafts-Store. Hier kann man eher so Accessoires holen. Also ihr könnt es sehen, Umhänge, Frisuren und so weiter. Hier gibt es ein paar Tänze, die man sich kaufen kann. Ist auf jeden Fall auch ganz nett gemacht. Muss man aber jetzt nicht unbedingt drauf achten. Dann würde ich sagen, schauen wir uns mal das an, ja, worum es hier so hauptsächlich in diesem Spiel geht. Und zwar sind es natürlich die Helden in diesem Spiel. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an, welche Fraktion gibt es alles. Das kennen wir auch schon aus AFK-Arena. Wir haben einmal die Lichtträger-Helden. Wir haben die Wildvolk-Helden, die Reißer-Helden, die Grabespross-Helden, die Unterwäldler-Helden. Und zu guter Letzt haben wir noch die himmlischen Helden. Ansonsten haben wir auch noch sechs verschiedene, ja, Klassen. Einmal haben wir die Krieger-Helden. Dann haben wir die Schurke-Helden, die Magier-Helden, die Schütze-Helden, die Supporter-Helden. Und einmal zu guter Letzt noch die Tank-Helden. Ja, und ich habe es ja gerade eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Es gibt einmal die A-Level-Stufe-Helden und die S-Level-Stufe-Helden. A-Level-Charaktere, ja, sind einfacher zu bekommen und kosten auch in den verschiedensten Geschäften weniger als die S-Level-Helden. Das macht sie aber nicht schwächer, denn teilweise gibt es A-Level-Helden, wie zum Beispiel einen Odi, die tatsächlich einer der besten Charaktere im Spiel darstellen. Und es gibt auch keine Unterschiede, A- und S-Level-Helden, die kann man auch zur höchsten Stufe Supreme Plus aufsteigen lassen. Also Supreme Plus ist zu Beginn auf jeden Fall erstmal die höchste Stufe. Da kommen wir gleich aber nochmal drauf zu. Ansonsten verfügt jeder Held über drei Fähigkeiten. Das sehen wir jetzt gerade hier nochmal anhand von der guten Skalitta. Also die ersten drei Fähigkeiten seht ihr hier eingeblendet. Und ansonsten gibt es aber noch drei weitere Fähigkeiten, die man ab verschiedenen Aufstiegsstufen freischaltet. Die erste haben wir ab Legender Plus. Das ist der Helden-Fokus, den man freischaltet. Ab Mythisch Plus schaltet man dann eine exklusive Waffe frei. Und ab Überragend, beziehungsweise ich sage lieber Supreme Plus, hört sich irgendwie ein bisschen besser an, haben wir dann nochmal eine weitere Fähigkeitsverbesserung, die wir zusätzlich nochmal freischalten. Und was ich persönlich im Vergleich zur AFK Arena auch noch richtig nice finde, ist, wenn wir uns nochmal die Ausrüstung anschauen, ist diese nicht heldengebunden, sondern tatsächlich klassengebunden. Das heißt, ihr seht es jetzt hier gerade eingeblendet. Wir haben die Unterstützer-Klasse eingeblendet. Das sind alle Unterstützer-Helden, die ich besitze oder die es auch im Spiel gibt. Und da kann man die Ausrüstungen anlegen. Und diese ist dann tatsächlich für jede der Klasse ausgerüstet. Also ihr seht es jetzt hier gerade Magier-Helden, Krieger-Helden, Tank-Helden und so weiter. Ist wirklich eine mega geile Sache. Das heißt, ihr müsst nicht jedem einzelnen Helden die Rüstung anlegen, sondern es ist wie gesagt klassengebunden. Und jeder Held, der sich dann in dieser Klasse befindet, trägt halt eben diese Ausrüstung, die ihr hier unten eingeblendet seht. Das ist auf jeden Fall auch wirklich eine richtig coole Sache. Und was auf jeden Fall auch nochmal wichtig zu wissen ist, zu Beginn, falls ihr jetzt einen Main-Carry habt, zum Beispiel Sissia, denn da habe ich gehört, dass man die innerhalb des ersten Zehner-Pulls garantiert bekommen sollte. Ihr habt die Möglichkeit, euren Main-Carry zehn Stufen höher als eure anderen vier Resonanz-Helden zu leveln. Also ihr seht es hier, diese Resonanz-Helden, die sind jetzt gerade alle auf Stufe 35 und mein Main-Carry befindet sich in dem Fall auf Stufe 45. Aufgrund des resonisierenden Kristalls oder der Resonanz-Helden habt ihr alle anderen Helden, die ihr sonst so besitzt, auch noch auf der Mindeststufe von den Helden, die sich hier in der Hand der Resonanz befinden. Also das heißt, wenn wir jetzt hier alle Helden, sage ich mal, die jetzt gerade auf 35 waren, auf Stufe 36 bringen, sind die Helden hier unten auch wieder auf Stufe 36 und euer Main-Carry, den könnt ihr dann in dem Fall maximal auf Stufe 46 bringen, was ich euch auf jeden Fall auch zu Beginn empfehlen würde. Und was auch noch wichtig zu wissen ist, sagen wir mal als Beispiel, wenn ihr jetzt gerade hier anfangt mit dem Spiel und ihr habt einen S-Level-Hero gezogen, wie zum Beispiel eine Cecia und die befindet sich jetzt hier unten drin, das heißt, sie wäre jetzt in dem Fall einer der Resonanz-Helden, könnt ihr mit einem ganz einfachen Klick auf diese Feder Cecia hier picken, einfach in die Top 5 reintun, auf Bestätigen drücken und könnt sie dann in dem Fall aufs maximale Helden-Level ziehen. Und wie ihr sehen könnt, auch mit einem ganz einfachen Klick könnt ihr hier auch die Helden-Level tauschen, also ich nehme jetzt gerade Cecia, drücke hier einmal drauf und schon ist sie wieder auf Stufe 46. Wie verbessert man den Helden, beziehungsweise was benötigt man, um einen Helden zu verbessern? Das Ganze kennen wir auch schon aus A-F-Karina. Wir brauchen einmal Gold, Staub und XP, um diese Helden zu verbessern und natürlich umso höher das Level, umso mehr brauchen wir auch von Gold, Staub und XP. Dann kommen wir einmal zu dem Punkt und zwar, was benötigen wir denn genau, um die Helden aufsteigen zu lassen? Ich würde sagen, wir beginnen erstmal mit den A-Level-Heroes. Hier haben wir jetzt als Beispiel den guten Valen und da können wir sehen, dass wir eine einzige Kopie brauchen, um ihn von Elite auf Elite Plus zu ziehen. Dann brauchen wir drei weitere Kopien, um ihn von Elite auf Epic zu ziehen. Um ihn von Epic auf Epic Plus zu ziehen, brauchen wir vier weitere Kopien. Von Epic Plus auf Legendär brauchen wir dann schon fünf weitere Kopien. Von Legendär auf Legendär Plus sind es dann acht weitere Kopien. Von Legendär Plus auf Mythisch brauchen wir zehn Kopien. Von Mythisch auf Mythisch Plus brauchen wir dann schon zwölf Kopien. Und dann kommt jetzt etwas Neueres, sage ich mal. Und zwar, um ihn dann von Mythisch Plus auf Supreme zu ziehen, brauchen wir halt eben 200 von den A-Cons. Wie ich halt gerade am Anfang des Videos auch schon erwähnt habe, zieht man die unter anderem halt auch durch das ganz normale Beschwören von Helden, aber auch zum Beispiel durch den Gilden-Modus. Battle Drills nennt er sich auf Englisch, bekommt man da auf jeden Fall auch ein paar A-Cons, die dann tatsächlich auch nicht für eine gewisse Fraktion bestimmt sind, sondern da kann man sich aussuchen, für welche Fraktion man die sich aussuchen kann. Denn es gibt halt eben A-Cons, die man zieht. Die sind dann für Lichtträgerhelden, für Wildvolk-Helden. Die kann man dann natürlich auch eben nur für diese Fraktion benutzen. Es gibt aber auch diese, ja, Epic A-Cons, nenne ich sie jetzt einfach mal, da kann man diese einsammeln und dann halt einfach aussuchen, für welche Fraktion man diese benutzen möchte. Und um den Helden dann von Supreme auf Supreme Plus zu ziehen, benötigt man dann nochmal 20 weitere Kopien. Das ist dann erstmal die maximale Stufe. Erstmal, da komme ich gleich nochmal drauf zu, denn es gibt tatsächlich noch eine weitere Stufe. Dann kommen wir zu den S-Level Heroes und da startet man nicht bei Elite, sondern tatsächlich direkt bei Epic. Ja, da braucht man dann eine einzige Kopie, um diesen Helden auf Epic Plus zu ziehen. Dann im Vergleich zu den A-Level Heroes ist es ein bisschen anders. Von Epic Plus auf Legendär braucht man dann nicht weitere Kopien oder Duplikate von dem Helden, sondern da geht es dann tatsächlich weiter mit den A-Cons. Da benötigt man 50 Stück. Von Legendär auf Legendär Plus benötigt man dann wieder zwei weitere Kopien. Von Legendär Plus auf Mythisch sind es dann 100 von den A-Cons, die wir dann wieder benötigen. Von Mythisch auf Mythisch Plus sind es dann wieder zwei weitere Kopien. Also da ändert sich dann bis Supreme Plus auch nichts. Also ihr könnt es sehen, von Supreme auf Supreme Plus sind es dann auch wieder zwei weitere Duplikate. Aber von Mythisch Plus auf Supreme benötigen wir dann nochmal 200 von den A-Cons, was auf jeden Fall auch eine Menge ist. Also seid da auf jeden Fall am Anfang vorsichtig, welchen Helden ihr hochlevelt. Und dann kommen wir zu guter Letzt nochmal zu den himmlischen und zu den Unterwäldlerhelden. Auch da dasselbe wie bei den S-Level Heroes. Da beginnen wir ab der Stufe Epic und benötigen von Epic bis zu Legendär Plus jeweils immer eine Kopie. Von Legendär Plus bis zu Supreme benötigen wir dann jeweils zwei Kopien immer. Und von Supreme auf Supreme Plus benötigen wir dann vier weitere Kopien. So und ich habe es ja gerade eben schon mal angesprochen. Supreme Plus ist auf jeden Fall erstmal die höchste Stufe, denn solltet ihr irgendwann an dem Punkt ankommen, wo ihr 25 Charaktere auf Supreme Plus besitzt, schaltet ihr weitere Stufen frei und zwar von Paragon 1 bis Paragon 4. Und da könnt ihr sehen, das sind dann auf jeden Fall auch nochmal einiges an Kopien, was wir da benötigen werden, um diese dann hochzuziehen. Aber rein von irgendwelchen Skill-Effekten her oder so werden wir das nicht benötigen. Und um das Ganze nochmal zusammenzufassen, also um einen A-Level Hero auf Supreme Plus zu bringen, benötigen wir insgesamt 64 Kopien von ihnen und 200 von den Acorns. Bei einem S-Level Hero benötigen wir insgesamt 8 Kopien und 350 von den Acorns. Und bei himmlischen und den Unterwettlerhelden ist es so, dass wir insgesamt 14 Kopien von den Helden benötigen, um die auf Supreme Plus zu bringen. Und dann natürlich auf Paragon 1 oder wie sich das Ganze nennt, dann nochmal dementsprechend die Kopien drauf, die ihr hier unten nochmal eingeblendet seht. Kommen wir dann eben zu den Charakter-Items und zwar kann man diese Abwehrstufe Mythisch Plus freischalten. Da gibt es halt verschiedene Stufen, wie von Stufe 1 bis 5, von Stufe 6 bis 10, von Stufe 11 bis 15, wo man dann jeweils passive Fähigkeiten freischaltet. Und die Stufe 16 bis 25, wo es keine weiteren passiven Fähigkeiten gibt, aber die Stats werden in dem Fall von diesen Helden geboostet. Beginnen wir mit den Levels 1 bis 5. Da benötigt man 150 von diesen Tidal-Essenzen. Das Ganze schaltet man dann eben ab der Stufe Mythisch Plus frei. Dann gibt es noch die Stufe 6 bis 10. Da gibt es dann halt auch eine neue Passive. Das schaltet man ab der Stufe Supreme frei. Dort braucht man 75 von diesen goldenen Essenzen. Und dann gibt es noch die Stufe 11 bis 15. Auch da gibt es eine neue Passive. Schaltet man ab der Stufe Supreme Plus frei. Und da benötigt man nochmals 200 von den goldenen Essenzen. Ja, und jetzt, wo wir einiges über die Helden gelernt haben, was es für Klassen gibt, was es für Fraktionen gibt, wie man sie aufsteigen lässt, was man genau dafür benötigt. Genauso wie dasselbe mit dem Charakter-Item, würde ich sagen. Kommen wir mal dazu und gucken uns an, wie man diese beschwört. Denn hier gibt es auf jeden Fall auch ein paar Unterschiede. Und zwar haben wir hier einmal den Punkt erhöhte Rate-Rekrutierung. Rekrutierung alle Helden, epische Rekrutierung. Und den Sternen oder die Sternen-Kucker-Station, beziehungsweise so wie wir es aus Afgharena kennen, den Stern-Deutungsraum. Ja, und dann würde ich sagen, beginnen wir als allererstes einmal hier links mit den drei Spalten. Denn die Sternen-Kucker-Station ist halt nochmal ein bisschen was anderes, wo man nur himmlische und Unterwetterhelden beschwören kann. Und zwar haben wir hier die erhöhte Rate-Rekrutierung, wo man nur einen einzigen Helden beschwören kann. Ich glaube, achtmal hat man hier die Möglichkeit. Also zweimal habe ich sie schon gezogen. Da steht ja Remaining Chances sind noch sechs. Und hier ist es so, dass man nach jedem 40. 10er-Pull eine garantierte Kopie von diesem Helden bekommt. Und was halt eben so geil an diesem Pulls ist, dass man halt eben weiß, dass man auch nur diesen S-Level-Hero aus dem Pulls ziehen kann. Welchen A-Klasse-Level-Helden man jetzt zieht, das ist dann auf jeden Fall nochmal von der Wunschliste abhängig. Das ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Aber hier haben wir eine erhöhte Rate von 3,0%. Wenn wir jetzt mal auf die Alle-Helden-Rekrutierungen gehen, hier haben wir eine Prozentschance von 2,05%. Und nach 60 Beschwörungen hat man hier erst die Möglichkeit, einen S-Level-Hero-Helden zu ziehen. Also zumindest garantiert, man kann auch mal irgendwie nach einem zweiten oder dritten 10er-Pull einen Helden ziehen. Man kann auch mal einen Back-to-Back ziehen. Man kann auch mal einen Double ziehen. Und dann haben wir den Punkt epische Rekrutierung. Und hier haben wir nach jedem dritten 10er-Pull einen garantierten S-Level-Helden. Und wenn wir uns jetzt hier einfach mal die Prozentschance anschauen, haben wir hier eine Prozentschance von 5,22% einen S-Level-Helden zu ziehen. Daher, wie auch schon vorhin im Shop erwähnt, würde ich euch immer empfehlen, auf diese epischen Einladungen zu gehen. Das macht meiner Meinung nach am meisten Sinn. Es gibt aber dennoch ein paar Unterschiede. Wenn wir uns jetzt mal hier diese erhöhte Raten-Rekrutierungspulls anschauen, kosten die halt 3.000 Diamanten. Also hier spielt es dann eigentlich keine Rolle, ob man Single-Summons macht oder ob man diese halt eben direkt als 10er-Pull zieht. Weshalb ich es euch aber trotzdem empfehlen würde, das Ganze zu machen, ist, dass man in einem 10er-Pull hier mindestens einen garantierten A-Klasse-Helden zieht. Wenn wir uns jetzt mal hier diese Alle-Helden-Rekrutierungspulls anschauen, hier kostet ein 10er-Pull, wenn man den direkt aufmacht, 2.700 Diamanten. Und solltet ihr jeweils immer ein Pull öffnen, kostet dieser 300 Diamanten. Deswegen würde ich euch aufgrund der Ersparnis hier schon immer raten, die 10er-Pulls zu machen. Und auch in diesem Pulls ist es so, wenn ihr einen 10er-Pull macht, bekommt ihr auch hier einen garantierten A-Level-Hero. Deswegen auch das würde ich euch empfehlen. Und dasselbe haben wir auch bei den epischen Rekrutierungen. Auch hier bekommt ihr, wenn ihr einen 10er-Pull öffnet, auch immer einen garantierten A-Klasse-Helden. Ja, wie gerade eben schon erwähnt, bei diesem Pulls habt ihr halt nur einen einzigen Helden, den ihr ziehen könnt. Bei den Alle-Helden-Pulls könnt ihr rein theoretisch alle Helden ziehen. Hier habt ihr eine Wunschliste, die ihr euch eben aussuchen könnt. Ihr habt in dieser Wunschliste die Möglichkeit, zwei S-Level- und zwei A-Level-Heroes reinzutun. Und das ist so die Wunschliste, die ich euch zu Release des Spiels auf jeden Fall empfehlen kann. Schauen wir uns mal die Graveborn-Heroes an. Hier haben wir Cecea drin. Ich habe auch gehört, dass man sie, glaube ich, in den ersten, ich weiß nicht, ob das in dem ersten, zweiten oder dritten 10er-Pull ist. Auf jeden Fall bekommt man sie da garantiert. Zumindest ist es jetzt auf dem PTR-Server so. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es dann auf den globalen Servern auch so sein wird. Richtig guter Held, hat Crowed-Control, macht guten Damage. Dazu haben wir dann noch den guten Thoran. Auch sehr, sehr stabiler Tank und kann auf jeden Fall auch mit seiner Ulti einiges an Damage raushauen. Das sind so die beiden A-Level-Heroes, Silvana und Viparion. Kann ich euch auf jeden Fall gut empfehlen. Sind beides auch stabile Helden. Dann haben wir die beiden hier. Brian habe ich auf jeden Fall auch auf Max gelevelt. Kann ich euch auch empfehlen. Wobei ich sehe gerade zwischen Granny und Brian, da kann man so hin und her überlegen. Wie gesagt, ich werde da nochmal ein Video machen zu den besten Helden. Dann könnt ihr ja nochmal für euch entscheiden, was ihr priorisiert. Ob ihr eher die Story priorisiert, ob ihr eher die Bosse priorisiert oder ob es eher der PvP-Modus ist. Aber auch hier bei den Wildfolghelden würde ich euch das so empfehlen. Lyka auf jeden Fall ein guter Held. Und dann hier, Arden kann man auf jeden Fall auch noch hoch machen. Macht meiner Meinung nach guten Damage. Die habe ich bis jetzt auch in dem einen oder anderen Spielmodus getestet. Bei den Reißerhelden ist es auch schwierig. Entscheidet man sich für Brutus. Da habe ich gehört, man braucht eigentlich nur eine Kopie. Sollte man eine Kopie bekommen, die man rein theoretisch auch aus dem Shop bekommen kann, kann man anstatt Brutus noch Shakir einsetzen. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr stabiler Held. Ansonsten haben wir Smokey und Murky. Finde ich bis jetzt zumindest aktuell so die besten Supporter in dem Spiel. Und dann haben wir hier den neuen Helden. Koka. Koka. Irgendwie so heißt dieser Held. Nagelt mich nicht drauf fest. Scheint auf jeden Fall auch einen sehr, sehr stabilen Eindruck zu machen. Und dann haben wir noch den guten Eddie aka Odi. Denn da haben sie den Namen im Verlauf der letzten Monate geändert. Also Odi ist jetzt der richtige Name. Ist auf jeden Fall ein Top-DPS-Held. Kann man sehr, sehr gut auch bei Bossen einsetzen. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und dann haben wir hier nochmal die Lichtträgerhelden. Roven ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Allrounder. Da habe ich auch gehört, dass es rein theoretisch auch reichen könnte, nur eine Kopie von ihm zu besitzen. Aber natürlich, umso höher ein Held, umso besser ist er nochmal. Und hier habe ich jetzt Temissa heißt die, glaube ich, reingepackt. Da würde ich jetzt anstatt Temissa Valar oder Vailar reintun. Nur aufgrund dessen, dass sie jetzt hier gerade in diesen Rate-Up-Rekrutierungspuls drin ist, kann man sie halt eben jetzt aktuell nicht hier in die Wunschliste reintun. Sonst hätte ich sie hier reingetan. Und ansonsten haben wir hier noch die beiden A-Level-Helden. Ja, machen auf jeden Fall beide auch einen sehr, sehr stabilen Job. Und dann haben wir hier noch die Sternen-Kuka-Station. Diese ist halt einfach nochmal so ein bisschen separat. Trennt sich von den drei anderen Beschwörungsmöglichkeiten. Denn hier kann man nur himmlische und Unterwäldler-Helden ziehen. Wie gesagt, das sind die vier aktuellen. Da würde ich euch auf jeden Fall auch diesen Rhyneer empfehlen. Und hier gibt es natürlich auch Prozentchancen. So wie es hier steht, nach jedem vierten Zehner-Pull hat man hier seinen garantierten Helden, den man ziehen kann. Man hat aber auch echt nice Sachen, die man hier ziehen kann. Denn man kann zum Beispiel 10.000 Diamanten beziehungsweise 9.999 ziehen. Zu einer Prozent Chance von 0,1 Prozent und so weiter. Ansonsten seht ihr ja hier noch den Rest eingeblendet. Wirklich viel mehr braucht man dazu eigentlich nicht zu wissen. Dann schauen wir uns nochmal die Artefakte an. Und zwar gibt es auch hier eine drastische Änderung im Vergleich zu dem, was wir in AFK-Arena hatten. Dort war jedes Artefakt auf jeden einzelnen Helden gebunden. Hier ist es jetzt so, dass jedes Artefakt auf das ganze Team gebunden ist. Je nachdem, wie weit ihr in der Hauptstory seid, also mit den ganzen Kapiteln da und so weiter, umso mehr von den Artefakten schaltet ihr frei. Jedes Artefakt wird dann natürlich in verschiedenen Situationen eingesetzt, wie zum Beispiel bei Bossen und so weiter. Ich denke mal, bei jedem einzelnen Bossen werde ich euch dann auch nochmal so das beste Team zu Anfang zeigen. Mal schauen, was sich da alles noch so herauskristallisieren wird. Aber aktuell haben wir jetzt zu Release des Games sechs verschiedene Artefakte, die bis Level 10 hochgezogen werden können. So, und dann kommen wir hier nochmal zu dem Punkt Gilde. Und das eigentlich einzig Wichtige, worüber man hier sprechen kann, ist der Modus Kampfübungen. Hier könnt ihr Bosse und so weiter besiegen. Und je nachdem, wie viel Damage ihr macht und so weiter, könnt ihr hier halt Quests abschließen. Ihr seht hier diese ganzen Quests eingeblendet. Und bekommt dann auch dementsprechende Belohnungen, zum Beispiel epische Einladungen. Schatzschlüssel sind hierbei oder zum Beispiel auch Nüsse. Da gibt es jetzt auch aktuell, zumindest sehe ich jetzt gerade hier nur zwei Level. Da haben sie, glaube ich, jetzt auch in dem letzten Update nochmal ein bisschen was geändert. Und auf jeden Fall kann man dann mit diesen Schlüsseln hier diese Tapferkeitstruhe auch nochmal öffnen. Hier kann man auch nochmal Diamanten ziehen, Einladungen, diese Nüsse, Bielerne, goldene Steine, Gildenmünzen und so weiter. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal wichtig zu wissen. Ansonsten, was man noch so zu der Gilde sagen kann, ist, wir haben hier den Herausforderungspunkt. Und hier kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, darauf zu achten und halt eben die Quests abzuschließen. Da ist es dann zum Beispiel Schieße Kapitel 1, 2 und 3 ab. Da bekommt ihr dann jeweils halt eben diese Gildenmünzen, die ihr halt dann benötigt, um im Gildenshop halt eben eure himmlischen und Unterwäldlerhelden zu kaufen. Deswegen da auf jeden Fall am Anfang auch drauf achten. Ja Leute, und das ist so das, was mir jetzt erstmal eingefallen ist, was ich euch so alles mit auf den Weg geben konnte. Klar, es gibt natürlich noch Sachen, die ich euch hätte zeigen können, wie es gibt Quests, tägliche Quests, Gildenquests, aber sowas erklärt sich ja, denke ich mal, alles von alleine. Es werden natürlich jetzt auch in den nächsten Tagen auch noch weitere Videos kommen, wie zum Beispiel ein Video zu den besten Helden oder wie ich eventuell gemeinsam die Story mit euch durchspiele, die ganzen taktischen Kämpfe, hier diese Laser-Dinger und so. Falls ihr da vielleicht nicht wisst, wie das Ganze funktioniert, werde ich euch dann natürlich noch mitnehmen. Ansonsten könnt ihr mir natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch so für Videos über AFK Journey wünscht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sollte es gewesen sein. Wir sehen uns dann in einem der nächsten AFK Journey oder vielleicht auch AFK Arena Videos von mir. Macht es bis dorthin auf jeden Fall gut, Leute, und ciao.